. 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 Was war denn das für ne Scheiße, Mann? Ich dachte, das ist ne Gaswaffe und keine echte Knarre, Alter. Der Ding hat jetzt nicht was fertig gemacht. Was willst du eigentlich von mir? Ich hatte gar keine andere Wahl, als den abzuknallen. Verdammt noch mal! Du hast auf einen Polizisten geschossen! Ist dir eigentlich klar, was das bedeutet? Alter, entspann dich mal! Ist nur ein Scheiß-Bulle gewesen! Sind das deine Freunde oder was? Schatz, beruhig dich. Beruhig dich. Alles wieder gut, ja? Manchmal passiert so ein Fehler halt. Wir dürfen den Plan jetzt nicht weiter gefährden. Wir müssen abhauen. Das ist nicht okay, Mann. Das ist einfach nicht okay. Das war der Scheiß mit der Waffe. Entschuldigung mit dem Würfel! Schatz, komm mir zu. Komm mir zu. Alles gut. Wir kriegen das hin, aber wir müssen jetzt erst mal weg hier. Nichts ist gut, Mann. Nee, wird überhaupt nichts gut! Die kriegen uns! Du bist doch krank, Alter! Wie redest du eigentlich mit mir, hä? Was soll das werden? Wer wollte denn Bullen kloppen? Ich wollte niemanden umbringen, Mann. Ich bin kein Mörder, okay? Ich bin kein Mörder, okay? Ich bin nicht in die Fresse, ja? Es reicht. Wir müssen jetzt schon längst weg sein. Wer wollte denn Steine schmeißen, hä? Wer schreit denn am lautesten um zu den Barrikaden, weil er sonst nichts kann? Ich dachte, du hast dir keine Eier im Sack. Ich... Ja, was? Der hat dir die Sprache verschlagen, oder was? Was bist du denn ohne mich? Ich mach da nicht mehr mit. Ich steig raus. Du bist so ein verdammtes Arschloch, Alex. Wir hätten einen gemeinsamen Plan, ja? Gemeinsam! Aber deine kleine scheiß Pisser-Egonomer, der macht uns grad alles kaputt, du Wichser! Verpiss dich doch einfach! Du hattest recht, Sina. Der bringt's nicht.